Willkommen zum zweiten Video zur Vorlesung zum allgemeinen Verwaltungsrecht. Heute geht es um die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht und dabei auch um das Setzen von Schwerpunkten in der Fallbearbeitung. Bevor wir uns mit der Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht inhaltlich beschäftigen, ist es wie fast immer im Studium wichtig, sich Sinn und Zweck dieser Unterscheidung zu vergegenwärtigen. Dabei meine ich nicht den Standort im Aufbau- und Prüfungsschema. Dieses kann je nach Aufgabenstellung variieren. Vielmehr geht es darum, warum man überhaupt öffentliches Recht und Privatrecht unterscheidet und wo die Abgrenzung in der Sache Bedeutung erlangt. Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht ist deshalb relevant, weil die Verwaltung eben nicht nur öffentlich rechtlich, sondern manchmal auch privatrechtlich handelt. So kann die Polizei Platzverweise erteilen, aber auch Büromaterial für ihre Dienststelle kaufen. Warum aber trennt unsere Rechtsordnung überhaupt zwischen diesen beiden Teilrechtsordnungen? Dies ist keineswegs selbstverständlich. Diese Unterscheidung hat vor allem historische Wurzeln, mit denen wir uns dann in der Vorlesung näher auseinandersetzen müssen. Trotz allen Wandels verbinden sich mit öffentlichem Recht und Privatrecht immer noch unterschiedliche Funktionen. Grob vereinfacht ausgedrückt wird in den Formen des öffentlichen Rechts das politisch, das heißt regelmäßig gesetzlich, konkretisierte Gemeinwohl durchgesetzt, gegebenenfalls mit Befehl und Zwang. Den stehen im Gegenzug besondere Verfassungsbindungen staatlicher Autorität gegenüber. Stichwort Mehrebenensystem, hier noch einmal mit Wiederholungschance. Privatrecht dagegen ist primär ein Mittel zu privatautonomer und dabei grundsätzlich auf Konsens angewiesener vertraglicher Gestaltung. Die Verwaltung bleibt allerdings nach Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes auch bei privatrechtlichem Handeln an die Grundrechte gebunden und unterliegt darüber hinaus dem Vorrang und gegebenenfalls dem Vorbehalt des Gesetzes. Hier noch einmal eine Wiederholungschance. Gerade wegen der genannten Verfassungsgrundsätze bleibt allerdings das privatrechtliche Handeln der Verwaltung auf Ausnahmebereiche beschränkt. Wie nun die Verwaltung im konkreten Fall gehandelt hat, ist erstens relevant für die anwendbaren Rechtsvorschriften. Insbesondere gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz, wie Sie dessen § 1 entnehmen können, nur für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit. Beim Handeln in Privatrechtsform gilt auch für die Verwaltung primär das BGB. Inwieweit darüber hinaus die Regelungen des Privatrechts durch öffentlich-rechtliche Grundsätze modifiziert werden, sogenanntes Verwaltungs-Privatrecht, das lernen wir in der Vorlesung. Zweitens stehen die im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelten Handlungsformen der Verwaltung auch nur bei öffentlich-rechtlicher Betätigung zur Verfügung. Dies zeigt sich beispielsweise in § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Wie Sie sehen, liegt ein Verwaltungsakt nur vor, wenn die Behörde hoheitlich und auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts handelt. Und einen Verwaltungsvertrag kann die Behörde ebenso nur auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts schließen. Drittens kommt es auf die Unterscheidung bei der Bestimmung des zulässigen Rechtsweges im Prozessrecht an. Nach § 40 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit nur für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten Zuständigkeit. Privatrechtliche Streitigkeiten auch bei Beteiligung der Verwaltung gehören vor die ordentlichen Gerichte. Zu diesen drei wichtigsten Punkten kommen noch weitere hinzu, wo es ebenfalls auf die Einordnung des Handelns als öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ankommt, dazu im Skript mehr und natürlich in der Vorlesung. Machen Sie sich nun noch einmal klar, wo die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht relevant wird. Wir haben nun also gelernt, warum die Abgrenzung bedeutsam ist. Woran, also an welchen Umständen, kann man aber nun erkennen, ob die Verwaltung im konkreten Fall öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich gehandelt hat. Hierzu haben sich im Wesentlichen zwei Abgrenzungstheorien herausgebildet. So kann man zum einen danach unterscheiden, ob sich Verwaltung und Bürger in der konkreten Situation in einem Über- Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Dies ist die sogenannte Subordinationstheorie. Eindeutig ist dies aber nur bei der Eingriffsverwaltung, wenn die Verwaltung einseitig mit Befehl und Zwang handelt. Gewährt die Verwaltung dagegen eine Leistung oder schließt sie einen Vertrag ab, ist unklar, inwieweit sich dann noch von einem Subordinationsverhältnis sprechen lässt. Die Alternative ist die sogenannte Sonderrechtstheorie. Sie differenziert nach den Normen, die dem jeweiligen Verwaltungshandeln streitentscheidend zugrunde liegen. Eine Norm ist dann öffentlich-rechtlich, wenn sie ausschließlich den Staat oder sonstige Hoheitsträger als solche, das heißt in genau dieser Eigenschaft, berechtigt oder verpflichtet. Die Norm muss also Sonderrecht allein für den Staat darstellen. Ein Versammlungsverbot kann nach § 15 Versammlungsgesetz nur von der zuständigen Behörde erlassen werden, nicht aber von einem privaten. Einen Kaufvertrag nach § 433 BGB können dagegen sowohl Private als auch Behörden abschließen. Er ist also privatrechtlicher Natur. Diese Theorie hilft freilich nicht weiter, wenn für das Handeln der Verwaltung sowohl Normen des Privatrechts als auch solche des öffentlichen Rechts in Frage kommen. Erst recht hilft sie nicht weiter, wenn gar keine unmittelbar einschlägigen Rechtssätze existieren. Sie sehen also, dass beide Theorien ihre Defizite haben. Machen Sie sich dies nun noch einmal wiederholend deutlich. Bei Problemfällen müssen wir uns wegen dieser Schwächen daher mit weiteren Indizien und Erwägungen behelfen. Viele Problemkonstellationen werden wir in der Vorlesung ausführlich zu besprechen haben. Dies führt mich zu meiner wichtigsten Message und dem zweiten Thema dieses Videos. Die Tatsache, dass wir in der Vorlesung viele Problemfälle ausführlich diskutieren, darf nicht dazu verleiten, in der Klausurbearbeitung in jedem Fall einen Problemfall zu sehen. Unproblematisches, und davon gibt es in jeder Klausur genug, darf nicht nur, sondern muss sogar kurz und knapp dargestellt werden. Der tastende Gutachtenstil mit es müsste oder fraglich ist, bleibt exklusiv Zweifelsfällen vorbehalten. So kann und muss man in der Fallbearbeitung Schwerpunkte setzen. Das ist nicht nur aus Zeitgründen wichtig. Denn wer Problematisches wie Unproblematisches in gleicher Breite diskutiert, schemenhaft bearbeitet, wird einer zentralen Anforderung, nämlich Wichtiges von Unwichtigem, von Banalem zu unterscheiden, nicht gerecht. Um den seltenen Problemfall zu erkennen, bietet sich die sogenannte Normalfallmethode an. Dazu fragen sie sich, ob der ihnen vorliegende Fall etwa dem entsprechen dürfte, was sich der Gesetzgeber als Anwendungsfall vorgestellt hat. Dafür wiederum spricht, wenn sie schon intuitiv keinen vernünftigen Zweifel an der richtigen Subsumption haben. Kommt ihnen die vorliegende Konstellation dagegen atypisch vor, dann und nur dann bedarf es einer eingehenden Analyse und Bearbeitung im Gutachtenstil. Lassen Sie uns die Anwendung der Normalfallmethode noch einmal rekapitulieren. Was bedeutet diese Differenzierung zwischen normalen Fällen und Problemfällen nun für unsere Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht in der Fallbearbeitung? Bevor wir dies an zwei Beispielen verdeutlichen können, müssen wir uns zunächst klarmachen, an welcher Stelle die Abgrenzung zu prüfen ist. Wenn nach den Erfolgsaussichten einer Klage, also nach deren Zulässigkeit und Begründetheit gefragt ist, Sie kennen das ja aus dem Verfassungsrecht, so wird die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht im allerersten Punkt der Zulässigkeitsprüfung relevant. Dort wird die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs in Abgrenzung zum ordentlichen Rechtsweg geprüft. Zuerst gilt es, die zu prüfende Norm zu identifizieren. Dies ist in unserem Fall § 40 der Verwaltungsgerichtsordnung. Und wenn Sie dazu aussagekräftige Überschriften formulieren können und sollten Sie sich einen Einleitungssatz dazu sparen, wenn dieser nämlich keinen zusätzlichen Aussagegehalt hat. Die uns hier allein interessierende Grundkonstellation findet sich im dortigen Absatz 1 Satz 1. Vielleicht lassen sich daraus drei Tatbestandsvoraussetzungen identifizieren. Hier beschäftigen wir uns nur mit der ersten Tatbestandsvoraussetzung, nämlich dem Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit. Sie dient der Abgrenzung zum privatrechtlichen Handeln der Verwaltung. Wenn es sich um einen Normalfall handelt, kann und muss dies sehr knapp, meist in einem einzigen Satz, ohne weitere Gutachtenfloskeln festgestellt werden. Es genügt, schlagwortartig die von Ihnen angewandte Abgrenzungstheorie zu benennen, sowie bei Anwendung der Sonderrechtstheorie die Norm hervorzuheben, die Sie als streitentscheidend identifizieren und deshalb einordnen müssen. Nehmen wir an, so mein erstes Beispiel, die Verwaltung hätte dem Inhaber eines Dönerimbisses die weitere Gewerbeausübung untersagt, weil er mehrfach Gammelfleisch verkauft hat. Die Gewerbeuntersagung ist in § 35 Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung geregelt. Hier ließe sich folgendermaßen formulieren. Die Gewerbeuntersagung nach § 35 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung kann ausschließlich durch die zuständige Behörde als Hoheitsträgerin verfügt werden, sodass nach der Sonderrechtstheorie eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt. Oder alternativ, die Gewerbeuntersagung erfolgt in einem Überunterordnungsverhältnis einseitig hoheitlich mit Befehl und gegebenenfalls Zwang. Somit liegt nach der Subordinationstheorie eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Ganz anders müssen Sie formulieren, wenn Sie einen Problemfall vor sich haben. Dann sollten Sie mit einer tastenden Gutachtenformulierung einleiten, um dem Leser zu verdeutlichen, dass hier ein Problem liegt. Ferner müssen Sie in einem solchen Fall die angewandte Abgrenzungstheorie zumindest erklären und gegebenenfalls erläutern, warum sie nicht weiterhilft. Dem muss sich eine mehr oder minder ausführliche Argumentation anschließen, die in einen Ergebnissatz mündet. Dazu nun mein zweites Beispiel. Beim Besuch eines städtischen Schwimmbads fordert Sie der Bademeister unter Verweis auf die Benutzungsordnung dazu auf, eine Badekappe zu tragen. Eine solche Benutzungsordnung kann entweder öffentlich-rechtlich oder privatrechtlicher Natur sein. In einem solchen Fall ließe sich folgendermaßen formulieren. Es müsste eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegen. Die Subordinationstheorie hilft hier nicht weiter, weil ein entsprechendes Überunterverordnungsverhältnis in dieser Konstellation der leistenden Verwaltung, nämlich der Benutzung einer öffentlichen Einrichtung, nicht ohne weiteres feststellbar ist. Die Sonderrechtstheorie setzt bei der einschlägigen Rechtsnorm an, welche Sie als Sonderrecht ausschließlich für den Staat oder als Privatrecht für alle klassifiziert. Sie hilft dagegen nicht weiter, wenn wie hier eine einschlägige Gesetzesnorm nicht ohne weiteres zu finden ist und die Verwaltung zwischen einer öffentlich-rechtlichen und einer privatrechtlichen Benutzungsregelung wählen kann. Wie dann die weitere Argumentation aussehen könnte, werden wir in der Vorlesung besprechen. Hier geht es mir zunächst nur darum, deutlich zu machen, dass dieser Fall nicht trivial, kein Normalfall ist, sondern einer ausführlichen, gutachterlich aufgebauten Argumentation bedarf. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wurzelt in unterschiedlichen Funktionen dieser beiden Rechtsgebiete. Die Abgrenzung kann an verschiedenen Stellen relevant werden. Im prozessualen Fallaufbau ist sie beim ersten Punkt der Zulässigkeitsprüfung zu erörtern, wenn nämlich nach der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs und dort nach dem Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit gefragt ist. Handelt es sich um einen Normalfall, lässt sich die Zuordnung regelmäßig kurz und knapp bewerkstelligen. Liegt dagegen ein Problemfall vor, dann, aber eben auch nur dann, ist eine ausführlichere, gutachterliche Argumentation vonnöten. Diese sogenannte Normalfall-Methodik kann Ihnen auch anderswo in der Falllösung helfen, Schwerpunkte zu setzen. Dazu später mehr. Nun bedanke ich mich erst einmal fürs Anschauen und freue mich darauf, Sie in der Vorlesung zu sehen.